Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Lego Marvel Avengers Wir sind noch auf dem Helicarrier unterwegs mit Iron Man und Captain America und das geht ins Finale der ersten Story Also quasi vom ersten Film Marvel's The Avengers Bei Let's kommen nämlich noch zwei Level Und dann geht's schon in die Ich kann das Vielleicht solltest du deine Dienste in Rechnung stellen Ich soll den Direktor nicht, dass das von mir kam Jetzt kommen nämlich noch die beiden finalen Fights, weil wir ziehen ja jetzt in den Krieg gegen Loki Und dann ist die Story wie gesagt schon zu Ende Und jetzt sind wir unterwegs als Black Widow und Hawkeye Weil er ja wieder bei den Guten ist, nachdem er ja von Loki manipuliert wurde Weil er ja ganz am Anfang den Speer ins Herz reingerammt bekommen hat Jetzt kämpft er aber wieder auf unserer Seite Heute wird dann, also wenn diese Folge da erscheint Wird dann wahrscheinlich auch Das von mir voraufgenommene Also die drei voraufgenommene Folgen Zu Dem NHL Let's Play, also zum Spiel Eisbären Berlin kommt Die ich schon vor zwei Tagen aufgenommen habe Weil ich kam noch nicht dazu, die online zu stellen Und heute erscheint ja auch in den Kinos The First Avengers Civil War Also da bin ich sehr gespannt drauf, da gehe ich morgen rein Bin mal gespannt, wie es wird Aber jetzt geht's ab Kursen Nein, du warst der Beste, den ich je kannte Du wirst gerecht werden Ich hole die Avengers und werde dich rächen Kursen Hä? Der Funk funktioniert wieder? Oh, hey, sie sind es Der Helicarrier ist gestrandet Also sind sie im Moment allein gegen Yogi Ähm, sorry Ach ja, beschädigen sie bitte nicht den Quinjet, okay? Wir werden es versuchen Sir, ich habe den Arc Reaktor abgeschaltet Aber das Gerät versorgt sich bereits selbst Das Kraftfeld ist pure Energie Nicht zu durchbrechen Ja, hab ich gemerkt Plan B Sir, der Mark 7 ist noch nicht einsatzbereit Dann lass die Hex-Spoiler weg, die Zeit drängt Bitte sag mir, dass du jetzt an meine Menschlichkeit appellierst Äh, eigentlich hatte ich vor dir zu drohen Was sollte ich fürchten? Die Avengers Ich habe eine Armee Wir haben einen Hulk Die sollen deine Freunde Zeit für mich finden Wenn sie damit beschäftigt sind, gegen dich zu kämpfen Das klappt gewöhnlich Ist nicht ungewöhnlich Jarvis Ativieren Ich habe eine Armee Ich habe eine Armee Was ist das, was wir tun? Hier spricht Agent Hill. Thor, hören Sie mich? Ich hoffe, Sie haben Ihren Kommunikator. Weichen Sie Lokis Angriffen aus, bevor Sie ihn außer Gefecht setzen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein Donnergott, der nicht Herr seiner selbst ist. Und jetzt sind wir also... Upsa. In der Haut von Thor. Boom. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sie sind beschäftigt. Ruhr wir kommen auf 3 Uhr Richtung Nord-Ost diese Level-Liebe und ausweichen 4 Stück noch also das haben sie wie gesagt geil gemacht ok dafür brauchen wir jetzt diesel Torpedos 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 so jetzt aber Zieh dich um! Glaubst du, dieser Wahnsinn wird mit deiner Herrschaft enden? Gefühle. Tony, siehst du das? Ich seh's, aber ich glaub's noch nicht so richtig. Hat sich Benner schon blicken lassen? Benner? Hier sitzen noch Zivilisten fest. Loki. Die sind leichte Beute da unten. Captain Rogers, komm! In ihrer Nähe sitzen Zivilisten fest. Das Gebiet muss sofort geräumt werden. Können Sie die aufhalten, Captain? Ist mir ein aufrichtiges Vergnügen. Was jetzt? Ja, das war's mit dem ersten Part von diesem Level, Avengers Summon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt. Durch ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschö, mädö.